In diesem Video möchte ich euch ein tolles Weltenprojekt von Plumbella vorstellen, welches mich wirklich beeindruckt hat. Wenn euch die Welten aus dem Basisspiel so langsam mit ihren immer gleichen Grundstücken langweilen, habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Die englische YouTuberin Plumbella hat nämlich alle Grundstücke aus allen Welten in The Sims 4 komplett mit neuen Grundstücken und Haushalten bestückt. Jede einzelne Region sieht jetzt gefühlt komplett anders als vorher aus. Zum Beispiel ist die Region mit Gemeinschaftsgrundstücken in Oasis Springs voller blauer Häuschen. Alle Regionen haben ihren eigenen individuellen Look, der mir wirklich gut gefällt. Viele Grundstücke sind jetzt nicht mehr so langweilig, wie die Version, die EA sonst so in ihre Welten setzt. Auch die Haushalte in der Region sind brandneu und wurden mit viel Liebe erstellt. Damit ihr die coolen Regionen richtig nutzen könnt, benötigt ihr allerdings alle aktuell erhältlichen Packs für The Sims 4. Außerdem müsst ihr einen neuen Spielstand anfangen. Wenn ihr den Spielstand über den Link in der Beschreibung heruntergeladen habt, müsst ihr diesen nur noch unter Dokumente, Electronic Arts, The Sims 4, Saves ablegen und könnt ihn dann im Spiel mit der entsprechenden Bezeichnung finden. Was haltet ihr von diesem Riesenprojekt und wie lange hat es wohl gedauert, alle Grundstücke im Spiel zu aktualisieren? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!